Herzlich Willkommen im Fleischer Fachgeschäft Sommer. Wir sind ein Meisterbetrieb mit langer Tradition. Unser Betrieb besteht seit 1946 in Göttingen und bestand bereits seit 1924 in Schlesien. In unseren traditionsreichen Fleischereifachgeschäften erwartet Sie ein umfangreiches Sortiment an frischem Fleisch sowie Wurstwaren aus eigener Herstellung und originalschlesische Spezialitäten. Bei unseren verschiedenen hausgemachten Wurstsorten finden nur frische Rohgewürze Verwendung. Erleben werden Sie die Qualität und Frische unserer Waren bei jeder Mahlzeit. Markenfleisch, das von der Zucht bis in unsere Fleischtheke in jeder Produktionsstufe kontrolliert und dokumentiert wird, also transparent ist. Probieren Sie auch unsere leckeren hausgemachten Salate. Mittagstisch bieten wir von dienstags bis freitag mit wechselnden schmackhaften Gerichten frisch aus unserer Küche. Altbewährte handwerkliche Traditionen und zeitgemäßes Know-how sind wichtige Grundlagen für unseren Erfolg. Qualität, Frische, Genuss und Sicherheit. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir freuen uns auf Sie, Ihr Team von der Fleischerei Sommer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf Sie, ihr mit dem Beispiel zu euch.